Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen auch lieber Anita. Vielen Dank, dass wir jetzt mit dir in die Meditation starten dürfen. Schönen guten Morgen. Namaste. Ich werde jetzt gar nicht viel zu mir sagen, sondern dich einladen, bei dir anzukommen. Wenn du ein Sitzkissen hast, dann hol dir gerne eines oder einen Block. Du kannst dich aber auch auf einen Stuhl setzen oder anlehnen, was angenehm ist. Und vielleicht ein paar Taschentücher zur Seite legen. Wir haben hoffentlich nichts zu weinen. Könnte auch sein. Aber es geht um reinigende Atemtechniken, mit denen wir beginnen wollen. Ich lade dich ein, dass du ankommst auf der Matte, schieß hier mal gerne deine Augen oder konzentriere dich auf einen Punkt vor dir auf der Erde. Und lande ganz in deinem Körper. Egal woher du kommst, wie deine Nacht war, ob du sehr oft aufgeweckt wurdest vielleicht von kleinen Artgenossen oder ansonsten unruhig geschlafen hast, dich irgendwas bewegt. Versuch, alles da sein zu lassen, aber deine Aufmerksamkeit jetzt ganz in deinen Körper zu bringen in diesem Moment. Und nimm wahr, wie sich dein Körper anfühlt, ganz von innen heraus. Und lande auf deinen Sitzbeinhöckern. Und baue dir deine Wirbelsäule ganz stark und stabil Richtung Himmel auf. Lass die Schultern ganz entspannt hängen. Es gibt jetzt nichts zu tun. Du darfst sein. Und dann beobachte hier deine Atmung. Ganz simpel. Einfach das Ein- und Ausatmen wahrnehmen. Im Yoga wollen wir durch die Nase geführt ein- und auch ausatmen. Nimm wahr, ob das ganz leicht geht. Ganz fließend. Oder vielleicht ein bisschen ruckelig. Vielleicht ist der Brustkörper auch ein bisschen fest. Oder nimmst du wahr, dass es einfach nicht leicht geht heute Morgen. Und erinnere dich, dass alles genauso sein darf, wie es jetzt in diesem Moment gerade ist. Und dann beginne nach und nach den Atem tiefer fließen zu lassen. So auszubreiten in den ganzen Körper. Durch die Nase ein- und aus. Und dann beginne nach und nach den Atem tiefer fließen zu lassen. Und dann beginne nach und nach den Atem tiefer fließen zu lassen. Es gibt im Yoga eine spezielle Atem-Technik. Die Ujjayi-Atmung. Der Ujjayi-Breath ist eine stiegreiche Atmung. Das Meeresrauschen. Das gleicht dem Meeresrauschen. Und der Sieg gilt als der Sieg über den Geist. Über die Gedanken. Über die stetige Fluktuation. Versuch hier die Stimmritzen ein bisschen zu verschließen. Gehle ein bisschen enger werden zu lassen. Und den Atem wie ein kleines, sanftes Schnarchen zu beobachten und zu dirigieren. Durch die Nase ein- und aus. Für dich hörbar. Und dann beginne nach. Lass den Atem immer tiefer werden, länger. Vielleicht ist auch eine Wellenbewegung, eine Meeresbewegung für dich ein angenehmes Bild. Dann stell dir das auch gerne vor. Wie so Wellen, die auf dich zukommen und wieder von dir wegfließen. Noch drei. Noch drei. Und dann spüren nach, ob sich der Brustkorb ein bisschen weitet. Ob der Körper ein bisschen freier wird. Und es kann ganz viel passieren mit ein paar Atemzügen an manchen Tagen. Und es kann sein, dass du gar keinen Unterschied spürst. Und es geht auch gar nicht darum, was zu suchen, sondern einfach zu beobachten, was jetzt, hier und heute gerade ist. Und dann richte den Blick zu Boden. Blinzel deine Augen langsam offen. Wenn du in einem Raum bist, in dem du dich nicht bewegen kannst und nicht laut sein kannst, dann mach weiter mit dieser näheresrauschenden Atembewegung. Und bleib einfach dabei. Wenn du kannst und laut sein darfst, dann steh jetzt auf. Und ich zeige dir kurz, wie folgende Atemtechnik ist. Sie nennt sich Mukha Bastrika, die Blase-Bike-Atmung. Kann ein bisschen laut sein, weil ich über die Kopfhörer spreche und atme. Du stellst dich ganz breit hin. Und ich zeige dir einfach einmal, wie das gehen darf. Und zwar, es ist ein durch die Nase einatmen. Die Wirbelsäule ganz lang machen. Ganz tief. Die Lungen ganz aufbüllen. Und dann durch den Mund alles aus in der Vorbeuge. Das ist wirklich ein, die Lungen das ganze Gewebe auspressen. Also du sollst so ausatmen, dass du das Gefühl hast, es ist gar nichts mehr drin. Ganz aus. Ruckartig, stoßweise ausatmen. Wir machen das dreimal. Atme in deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Durch die Nase ein, durch den Mund alles ausblasen. Dreimal dein Tempo. Und richte dich langsam auf. Komm an im Stehen. In der Bergposition. Tadasana. Wenn dir schwindelig ist, lass die Augen gern geöffnet. Ansonsten schließe sich hier nun wahr, wie vielleicht mehr Freiheit entsteht. In den Nacken, in den Schultern, im Brustraum. Und lande auf deinen Füßen, auf der Erde heute Morgen, in deinem Kappa. Und dann nimm dich hier wahr, ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die Füße gut verwurzelt, verankert. Die Wirbelsäule lang, stark und aufrecht. Die Brust ist breit und das Herz offen. Und das Schädeldach steigt auf Richtung Himmel. Nimm dich wahr in deiner ganzen Präsenz. Und dann machen wir weiter. Stell dich wieder ganz breit hin. Ich zeige dir wieder vor. Das ist ähnlich wie die erste Atemtechnik. Wir atmen durch den Mund ein. Alles aus. Und dann ziehen wir den ganzen Bauch und kleinen Beckeninhalten nach oben. Richtung Zwerchfell. Halten hier. Und erst wenn wir wieder atmen müssen, lassen wir den Bauch raus. Ich habe es vorher falsch gesagt. Es ist durch die Nase ein, durch den Mund aus. Alles hochholen Richtung Zwerchfell. Halten, solange bis du wieder atmen musst. Bauch rauslassen. Das ist ein bisschen viel für den Kopf. Ich sage es einfach an, während wir das machen. So, wir atmen durch die Nase ein. Durch den Mund alles aus. Und dann holt ihr den Bauchinhalt hoch. Halte hier. Halte die Ausatmung. Wenn du wieder einatmen musst, atme wieder ein. Es ist ein, es ist wirklich ein, wie alles nach innen oben hoch. Halte dich hier. Und erst wenn ich wieder atmen muss, lasse ich den Bauch wieder rauskommen. Noch einmal. Nicht zu viel denken. Einfach probieren. Durch die Nase ein. Durch den Mund alles aus. Und wieder ein. Aus. Bauch hoch. Letztes Mal. Aus. Und wieder langsam hochkommen. Die Atemtechnik nennt sich Udhyana Pandha. Das sind die Pandhas, die Verschlüsse im Körper. Wir wollen sie reinigen, damit das Prana ganz frei fließen kann. Beende diese Atemtechnik. Komm wieder zurück zum Stehen. Tarasama. Und spüre mal nach. Wenn der Körper stark entgiftet, kann es sein, dass der ein bisschen schwindelig ist oder übel. Erinnere dich. Lass alles da sein. Beobachte, was passiert. Erde dich noch einmal hier im Stehen. Und dann blinzelt die Augen wieder offen. Komm tief auf deinen Polster oder auch einfach so in einen Fersensitz oder in einen Schneidersitz, was dir angenehm erscheint, was sich gut anfühlt. Und wir gehen zu einer weiteren Atemtechnik, in der wir das Prana im Nabelzentrum noch mehr kultivieren. Die Feueratmung. Kapalapati. So richtig in die Kraft kommen. Alles mobilisieren und bewegen früher am Morgen. Und zwar, ich zeige es dir kurz. Es ist ein Pumpen des Nabels auf die Ausatmung. Ausatmung. Es ist ein Heranziehen des Nabels mit jeder Ausatmung. Mit jedem Stoß zieht sich der Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Jetzt zeige ich dir das ein bisschen näher. Es ist ein Fließen lassen. Auch hier, wenn du das noch nie gemacht hast, ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Und dann hat man manchmal das Bedürfnis, man muss dazwischen wieder einatmen. Man macht das einfach. Solange ich hier umsitzen, stehe es wieder deine Augen, wenn du magst. Oder richte den Blick zu Boden. Die Wirbelsäule ist lang und aufrecht. Und dann beginne ich mit Kapalapati. Im reinigen, dem Feueratmung. Mit jeder Ausatmung zieht der Bauchnabel heran zur Wirbelsäule. Schultern bleiben entspannt. Atme in deinem Tempo. Das kann ganz anders sein als meines heute Morgen. Beobachte, was passiert. Was sind deine Gedanken? Komm ganz zur Atmung, zu dieser Technik. Vielleicht möchtest du auch viel langsamer atmen. Einfach kraftvoll. Durch die Nase ein und aus. Und dann entspannen wieder komplett. Lass die Atemtechnik gehen. Spür nach. Die Wirbelsäule. Vor allem die Chakren, die Nadis, die sich aufreihen. Vom Schädeldach hinunter Richtung drittes Auge. Den Punkt zwischen den Augenbrauen. Weiter zur Kehle. In Richtung Herzzentrum. Von dort zum Nabel. Eine Handbreit unter dem Nabel. Bis zum Steißbein. Und hier fließen auch alle deine Nadis, die Energiekanäle. Den Körper durchziehen. Lass den Atem hier ganz frei fließen. Von oben nach unten. Und von unten nach oben. Mit deinem Rhythmus. Dann blinzelt die Augen wieder langsam offen. Hol dir eine Decke. Oder vielleicht hast du ein Tuch um dein Becken. Oder möchtest du die Schultern vielleicht ein bisschen bedecken. Vielleicht fühlst du dich aber auch schon ganz wohl. Und brauchst gar nichts. Bleib in der Sitzposition, die du schon eingenommen hast. Oder justiere hier noch ein bisschen nach. Und dann lande auf den Sitzbeinhöckern in einer aufrechten Position. Spür nach, wie sich der Körper jetzt anfühlt nach den Atemtechniken. Irgendwo mehr Freiheit entstehen durfte. Wir gehen wieder zurück an den Anfang, wie in den Kreis, den wir schließen zu Ujjayatam. Diese meeresrauschende Atmung in deinem Tempo durch die Nase hörbar ein und aus. Wenn du kannst, konzentrier dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, auf Ajna. Mein drittes Auge, dein Punkt für Intuition und innere Weisheit hier. Das Drüsensystem und der geschlossenen Lidern schielen deine Augen zur Stirnmitte. Und mach drei Atemzüge so in deinem Tempo. Und mach drei Atemzüge so in deinem Tempo. Und mach drei Atemzüge so in deinem Tempo. Und letztes Mal. Und lass jede vertiefte Atmung wieder gehen. Jedes Muster, jede Atemführung. Den Atem wieder frei fließen. Und spür einfach nach. Und dann bring deine linke Hand auf dein Herz, die rechte ins Hirnmudra oder Zinnmudra. Daumen und Fingerkuppe brühen einander. Die linke Hand am Herz, die rechte am Oberschenkel abgelegt. Und dann zieh das Kinn ein Stückchen näher zur Brust heran. Das ist eine Geste der Innenschau, der Hingabe ans Leben und der Honorierung des Selbst. Nimm hier ein paar tiefe Atemzüge in den Herzraum. Fühl deine Lungen noch einmal auf, ohne etwas zu forcieren. Also es braucht kein versiertes Ein- und Ausatmen. Vielmehr Ruhe und Bewusstsein, dich selbst zu berühren. Spür deine Hand hier auf den Rippen, auf deinem Herzen. Und geh ganz in Kontakt mit dir selbst. Aber es braucht, wenn du die Rippen wie esrutiert. Und das ist gut. Und dadurch, bis du Ganz bewusst deine linke Hand war die Verbindung zu dir und deine rechte Hirnmudra, die symbolisiert die Hingabe an etwas Größeres. Das Mudra bedeutet Vertrauen in eine größere Kraft. Viel größer als wir selbst sind, was auch immer das für dich bedeuten kann. Dann verbinde beide Welten miteinander, das Große mit dem Kleinen und das Kleine im Großen Ganzen. Anjali Mudra vor der Brust. Spür die Handflächen aneinanderliegend. Noch drei Atems für vier. Mit deiner Nächsten ausatmen. Beug dich Richtung Erde, beug dich damit vor dir selbst, vor deinem Weg und deinem Leben. Und vor allen anderen, die mit dir auf dem Weg sind, die dir begegnen. Die entweder Freunde sind oder Lehrer. Namaste. Dankeschön. Schönen guten Morgen. Ich würde sagen, wir machen ein paar Momente Pause, dass du aufs Klo gehen kannst, vielleicht einen Schluck trinken. Und dann komme einfach wieder auf deine Matte, wenn du soweit bist. Wir treffen einander in Rückenlage zur Asana-Praxis in 5 Minuten 37. Bis gleich. Bis gleich, bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. W〜яг 곳. .